hey leute herzlich willkommen hier bei meinem let's play ender lilies schön dass ihr alle dabei seid hey youtube chat hey twitch chat was geht ab schön dass ihr dabei seid ich freue mich jetzt geht's los warum rede ich wie thomas gottschalk keine ahnung ender lilies zack da setze ich doch mal kurz meine kopfhörer auf damit ich auch was höre so leute hier sind wir das letzte mal stehen geblieben und auch keine orientierung weil ich alles noch komplett weiß einzige was ich nicht weiß ist ob ich jetzt erstmal weitergehen sollte oder ob ich direkt erstmal backtrack hier war ich noch nicht diese schöne musik oder so war ich jetzt hier schon ach ja okay hier waren die komischen aquaman ich glaube hier muss ich jetzt gerade nicht lang ehrlich gesagt ich habe das gefühl das habe ich hier alles schon abgegrast genau ich muss eigentlich nach unten in diesen einen blauen raum den würde ich gerne noch mal abchecken auch kommt jetzt muss ich hier und jetzt müsste ich theoretisch erst mal heilen und wenn ich hier sind so viele gegner ich will eigentlich darunter unten rechts oh warte da ist was blöde giftwolke die ist natürlich auch noch da wenn der typ schon längst nicht mehr lebt alter was 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 ich sag's auch noch die dumme giftwolke ist zu leise spiel zu leise oder was könnte lauter machen schade musik ein bisschen lauter ähm fuck it ich gehe jetzt hier lang so das geile ist man muss nicht seine seelen zurückholen das heißt wenn man irgendwo stirbt dann muss man da nicht einfach nochmal lang gehen sondern man kann auch einfach sagen weißt du was nö 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 die hauen schon gut rein hier die gegner auf jeden fall Schwierigkeitsgrad hat angezogen diese nervigen zielsuchenden geschosse was das haben wir ganz gut gemeistert würde tatsächlich eine heilung erwägen bei der hälfte wir wir w 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 Fünf Lebenspunkte. Fünf Lebenspunkte. Hm. Ich möchte mal runterspringen. Ich glaube, es war ein Fehler. Nein, es war kein Fehler. Hä? What the hell? Ah. Das ist ja interessant. Da auf dieser rechten Seite ist quasi... Ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich ist, aber da schwimmt sie wieder hoch. Das ist ja interessant. Die Musik ist leise. Ja, weil ich die im In-Game, habe ich die halt so ein bisschen runtergedreht. Deshalb hört die nicht so mega laut, die Musik. Ah! Da war was. Shit. Ah, jetzt kann ich hier wieder... I see. I understand. Davon muss man aber echt aufs Klo, ne? Geräusch dauernd. Ich weiß nicht. Noch ein. Bam! Baaah! Boah, das war knapp. Erwischt ein halt, ne? Oh, da ist ne Chest. Hm. Erstmal unten lang. Es ist schon deutlich besser jetzt zu spielen, seitdem man auch diesen langsamen, schweren Angriff bekommen hat. Kann man auf jeden Fall ganz gut immer variieren. Zumal der halt auch geil ist, weil der die richtig geil so wegkotzt. Bam! Habe ich den Sprung hier? Oh, was ist das? What the fuck? Alter! Wow! Holy shit, jetzt kommt er auf die andere Seite! Manisas Ring erhöht die Anzahl, wie oft Fertigkeiten benutzt werden können geringfügig. Äh. Rote Kugel. Rote Kugel. Boah, ich muss das Vieh töten. Wahrscheinlich. Yes! Boah, aber knapp. Aber hat jetzt auch... Drop mir im Prinzip kein Loot. Was ist da oben? Was ist da oben? Hm. Ich kann mich davon noch weiter oben schauen. Da kommt mich auch nichts dran. Hm. Ich kann nochmal in diesem Wasserstrom ein bisschen weiter nach oben fließen. Ich fürchte fast... Fehlt uns nichts. Man weiß ja bei solchen Metroidvanias auch immer nicht, ob man schon überhaupt was ist. Nee, nee, nee. Da geht's ja raus aus dem Level. Ah, obwohl... Warte mal. Er setzt mich halt auch immer wieder hier ab. Aber was ist, wenn ich... Hier. Hier. Jetzt schon wieder. war ich. Hopp. Oh. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Wahrscheinlich muss ich... Entweder fehlt mir noch ein Skill oder ich muss von der anderen Seite kommen. Aber wir merken uns, dass da eine Schatzkiste war. Oh, was ist hier? Eisen? Eisen? Okay, brauche ich auf jeden Fall was... Oh, da hat was geschossen, ne? Achso, warte mal. Was ist denn, wenn ich hier... Wie ging denn nochmal diese... Ja, so. Was passiert, wenn ich sowas hier mache? Okay, da fehlen mir immer noch irgendwelche Eisenstiefel oder so. Okay, okay. So, der neue Ring, den können wir auch... Ah, okay, der braucht zwei. Irgendwas verstärken? Nee. Schwert. Den Schild konnte... Den Schild-Konter konnte ich upgraden. Aber den brauche ich nicht. Ich muss jetzt nicht... Meine Forschung über antike Fücher haben ergeben, dass die Unsterblichkeit durch Unreinheit womöglich schon lange Zeit im Weltvolk besteht. Ähm... Bestimmt könnte ich mehr herausfinden, wenn die alten Schriften... Ah, warte mal. Da ging's doch rein, oder? Ähm... Links. Hallo? Nein. Oh, da ist noch einer, Alter. Ah, verdammt. Ah, daneben? Huah! Gesessen. Die... Die sind fies, die Viecher. Boah, shit. Guck mal. Das war ja wohl sensationell ausgewichen, Leute. Aber wirklich wieder von allen Seiten kommt's ja angedüst. Erstmal den da unten. Ich glaub, nah ran muss man bei denen, ne? Da geht's noch weiter runter. Komm noch. Hm. Boah, das war ja mies, Alter. Dieser Mimic. Magische Kette. Erhöht die Anzahl, der aus ist. Es ist ein bisschen schade, dass die Gegner überhaupt nichts droppen, finde ich. Dadurch ist man... Uah, schon wieder einer. Dadurch ist man halt... Jetzt nicht immer unbedingt... Klar, geben die Erfahrungspunkte. Aber man ist nicht so hundertprozentig committed zu den Kämpfen. Weil die halt, also... Wenn ich jetzt nicht grad am Leveln bin. Was man theoretisch ja eh immer farmen kann. Also wenn ich mich unterlevelt fühle, kann ich ja eh irgendwo mir eine Stelle suchen, wo ich einfach dann... Halt level. Aber... Mir fehlt das Loot. Finde ich, oder? Wie seht ihr das? Ein bisschen dann so... Warum soll ich hier mit allen kämpfen? Zweifelsfall verliere ich Energie. Wie viel geht? Ja. es ist Kunst ne das Spiel gibt es übrigens für glaube ich alle Plattformen Steam, Crazy ich zock es jetzt auf der Switch aber natürlich könnt ihr es auch auf anderen Plattformen spielen wahrscheinlich auch Xbox jetzt wird es langsam doch verwirrend hier das Level Design muss ich sagen alles sehr ähnlich aussieht oh das ist Gift das ist kein normales Wasser ja okay miesstelle aber ich habe das zum Verstärken unreines Sediment haben wir mit dem Blumenkranz nach unten kann ich einfach mal hier den Shortcut betätigen hmm das Clipping Fehler ja ne das soll hier kein Hinweis auf irgendwas sein okay da kommen wir jetzt offensichtlich noch nicht weiter er geht durch den durch er geht durch den durch ja ich habe keine Heilung mehr guck mal hier da wird doch auf mich geschossen ey oh nein oh nein das war nicht Flut glaube ich weil ich ja nur noch so wenig Energie habe what the fuck es ist wirklich ein bisschen verwirrend nicht bam ja geil ne 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 der Deathcounter hier bin ich EA ist äh 21 das ist direkt updaten los die ist aber wieso stehe stehe ist aber wieso ich wieso die war ich wieso 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 So, hier habe ich den Shortcut geöffnet. Immerhin müssen wir nicht lange laufen. Hey, Pipe... Pipe? 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 Präsenz. Mit Rohrgewalt. Nachdenken. Was ist das da unten? Kann ich das hauen? Einfach nur eine... Wiese Pflanze. Hier bin ich eben gestorben. Aber... Nicht nochmal. Da unten... Oh nein, da ist wieder Fisch. Krassi, ey. Erstmal heilen. Jump ich da jetzt rein? Ja. Krass, der harte Schlag geht unter Wasser nicht, Leute. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Oh, ei, 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 ei. Das muss man natürlich, äh... Irgendwie... Das kann ja keiner wissen. Oh, komm schon. Du kannst... Oh, komm schon. Du kannst... Mh... Progress... Eher so... Mäßig. Ähm... Hab ich euch erzählt, dass ich mir ein Laufband gekauft habe? Warte, die oft ich schon benutzt habe. Warte, die oft ich schon benutzt habe. Nicht so oft ist leider richtig. Guck, das meine ich jetzt. Ich habe eben mit denen gekämpft. Und jetzt ballere ich hier einfach durch. Chat, was geht ab? Ihr müsst mich jetzt aufweitern. Deathcounter 23. Vielen Dank fürs Zählen. Hier bin ich, yay. Ich werde mir gleich was zu snacken holen. Ah, wisst ihr was? Ich hole mir sofort was zu snacken. Die Plauze machen. Einen Moment. Und jetzt. Ich habe das dann gerade noch mal Geld Chong inspiriert. Ich auf halt den LeBlenden ausgestlaimed. risk5. Ich weiß wo echter auf der LeBlenden ausgest Eternal, 어디 sonst nicht oder searessiv Studios ist? ungefähr mir bei euch d одну? Ich werde jetzt geht da, sein Nepherr own riesig zurückke Mmh. Das sind Hafercrispies. Das ist von Koro tatsächlich. Das sind die Hafercrispies, von denen ich immer rede. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, wie die schmecken. Wie Cornflakes mit Schokolade. Fettleber 2.0 incoming, ja leider ey. Scheiß, ich muss echt aufhören damit. Ghost Dog, Edel, du solltest dir mal den Raben als Spirit holen. Mach das ganze Spiel einfacher. Okay, Ghost Dog, aber wo gibt es den Raben? Machen wir mal weiter. Ich muss mal hier ein bisschen Progress machen. Nächste Woche Gamevasion, Leute ey. Echt krass, dass das schon wieder ein Jahr her ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kam mir jetzt irgendwie nicht vor wie ein Jahr. Eigentlich komisch, weil man sollte meinen, durch die Pandemie und Lockdowns und Pipapo kommt einem alles eher langsamer vor. Aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht kommt einem alles schneller vor in der Pandemie. Was genau ist die Gamevasion, Eddy? BWRM. Das ist eine sehr gute Frage. Also ursprünglich ist die Gamevasion eigentlich entstanden, weil ja letztes Jahr die Gamescom ausgefallen ist. Und da haben wir uns mit unseren Freunden von Instinct3, das ist die Firma von Hand of Blood unter anderem, und Freaks4U zusammengetan. Und haben gesagt, ey, es ist ja keine Gamescom, sollen wir drei geilen, jungen Produktionsfirmen mit Schwerpunkt Videospielunterhaltung, sollen wir uns nicht irgendwie mal zusammentun und gucken, ob wir ein Alternativprogramm oder sagen wir mal ein ergänzendes Programm für die digitale Gamescom hinkriegen. Genau, und dann ist daraus die Gamevasion geworden. Und die Gamevasion ist im Prinzip ein bisschen Competition, ein bisschen einfach Spiele abfeiern, ein bisschen Gamescom abfeiern parallel, ein bisschen uns selbst abfeiern und einfach irgendwie eine Woche lang eine gute Zeit haben, sich ein bisschen durchmischen mit Leuten, mit denen man, also die normalerweise ihre eigenen Sachen machen, und ich finde es echt geil, also es hat letztes Jahr sehr viel Bock gemacht. Man lernt einfach auch mal andere Streamer, andere Leute nochmal ganz anders kennen. Und man lernt auch natürlich von den anderen Firmen, wie die von uns lernen. Wir lernen von denen, es ist so ein gegenseitiges Befruchten. Letztes Jahr waren wir in Spandau, dieses Jahr kommen die Spandauer nach Hamburg. Und ja, es ist einfach ein nettes, gemeinsames, eine nette gemeinsame Gameswoche, die Gamevasion eben. Und wir haben verschiedene Formate uns ausgedacht, also es gibt natürlich Hamburg vs. Spandau, was so eine Art, ja, Beef im Prinzip ist, mit den, wo die Spandauer gegen uns kämpfen in verschiedenen Spieldisziplinen. Und, ähm, wir werden natürlich auch über die Gamescom-Spielenthüllungen und News reden, so es denn welche gibt. Ähm, wir haben die Championships, was so eine Art, ja, Schlag den Rab ist, mit verschiedenen Teilnehmern. Ähm, ey, noch tausend andere Sachen. Ich weiß gar nicht, ich weiß selber, äh, gar nicht alles, was geplant ist. Ich weiß nur, dass unsere drei Teams seit Wochen und Monaten die Köpfe zusammenstecken und, äh, versuchen, geile, eine geile Woche einfach auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, es wird euch gefallen und, äh, wir werden eine gute Zeit haben. Ich hab auch hier... Hey, hey, hier, 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 hier. Und wir haben eine gute Zeit. Ähm. Was mach ich denn jetzt da oben? Und was mach ich denn da unten? Hm. Warte mal, ich probier mal was auf. Okay. Shit. Das war nicht geil. Das war gar nicht so gut, wie ich dachte. Hm. Ich erwisch den auch nicht. Shit. Wo kommt man denn da oben ran? Boah, war das knapp, Alter. Und er lebt immer noch. Aber jetzt hab ich ihn. Zack. Aber, der Schalter da oben, den komm ich ja trotzdem nicht dran. Nicht, dass das so eine Symphony of the Night Nummer wird, dass dann irgendwie alles sich auf den Kopf dreht später oder so. Aber stand... Alter, da komm ich doch dran, oder? Das war aber knapper, als ich dachte. Warte mal, vielleicht mit ihm. Ja! Hahaha. Ich geiler Typ, ey. Den Schalter können sie mir nicht mehr nehmen. Auch wenn mich jetzt hier diese dummen Teile ficken. Aber egal. Ich hab die Schleuse geöffnet. Hier nehm ich. Nee. Hä? Woos? Aber warum? Welche Firmen und Sponsoren sind dabei, fragt Peter. Ey, ich weiß es grad gar nicht. Einige. Müssen ja diverse Influencer auch auf... Die wollen ja auch nicht verhungern. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also es wird natürlich schon auch drauf geachtet, dass das auch wirtschaftlich irgendwie Sinn macht, so ein großes Event. Aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch viele vom letzten. Da hab ich aber echt gar nichts mit. Rechts ist ein Tor aufgegangen. Chat, was wär ich ohne euch? Wo denn? Hier oder was? Hier ein Tor? Hier? Ah! Ah! Schon wieder runtergefallen. Okay, ich glaub ich verstehe das Level. Ich hab leider nichts mehr zum Heilen. Ich hoffe, da kommt jetzt mal langsam irgendwie ne Bank oder so. Übrigens, ich spiel ja mit dem Analogstick, aber ich merk grad, das ist gar nicht so gut. Weil wenn du nur ein bisschen nach oben gehst, dann bleibt sie stehen. Oder läuft langsam. Was du mit dem Digi-Pad gar nicht machen kannst. Oh Mann ey, hier ist wieder Action. Aber schießen geht immer. BATS! Schön, wenn der das runtersprenzt. Nichts versteckt. Klappt? Huch! Ja, der kann ja zaubern. Okay, das ist ja wohl wirklich mies. Das ist ja wohl einfach nur lächerlich mies gewesen. Zwei von den Typen, die sich gegenseitig... Also... Aber wir haben die Schleuse geöffnet. Das heißt, wir haben wieder einen kleinen Progress gemacht. Ich hab bislang auch noch nicht geschafft, hier mal durchzukommen, ohne Energie zu verlieren. going Sag mal, wo war das denn denn? Die sagen, dass ich... Mann habe ich... So einen Shortcut gehört... Nein, ich muss schon wieder hier durch! Das kommt mal raus! Das kommt mal raus! ihn wieder machen aber ich hätte besser hier an dem vorbei zweimal hat er mir den hintern gebissen oh shit nein den habe ich vergessen ich hatte doch noch zwei heilungen warum sagt ihr denn nix scheiße mit der scheiße noch mal hier mit der scheiße sprung was kann man denn hier gegen diese wassertypen machen da muss es doch variante geben schlau ist war es schon mal nicht aber egal hier warte mal da ist noch eine heilung versteckt so jetzt sind wir hier mit zwei heilungen so das muss man hier gar nicht mit cheesy taktiken machen sondern einfach wisst ihr was manchmal muss man einfach auch die typen einfach umwämmen so nehme ich guck zack einfach weg gewämmst geheilt progress hier war die tür shortcut so was können wir machen also wir haben eine elikt lotterie gekriegt das heißt wir können das wieder equippen wie sieht es mit verstärkung aus schwert kann ich immer noch nicht das scheint mir auch komisch ehrlich gesagt immer noch level 1 standard waffe aber ich habe keine alten sälen was willst du machen so ich könnte den hammer upgraden grader dinner mach ich einfach nutzt den ja auch viel die zeugen dieses wunders sahen die priesterinnen als ihre seelische stütze und gründeten die weiße kirche um sie zu ehren die anhänger dieser glaubensgemeinschaft beteten keinen gott an sondern folgten dem beispiel der weißpriesterin um die unreinheit fernzuhalten sie beteten für die seelen der geläuteten video spielstorys ja ja ich weiß es gibt auch tolle lasst mich in ruhe nochmal so einen ruhigen kranz aber warte mal warte mal wir sind so weit runter gefallen bevor ich jetzt hier noch weiter runter verchecken wir erstmal den weg ab wo wir runter gefallen sind da links sehe ich doch schon einen vorsprung da werden wir jetzt mal ahja gut wir werden einfach hier abgesetzt das ist natürlich komplett oh quatsch da oben seht ihr es seht ihr es ihr habt es gesehen ne da oben oben drüber da kommt ein secret Leute nur den moment abpassen wo wir da hinkommen ist das überhaupt kann man da überhaupt auf oder ist das nur hintergrund kommst du da nicht mit schwung halt aus diesem wasserfall raus ach komm schon das muss doch gehen einmal versuch es einmal versuch es ne dann soll es wahrscheinlich ich meinte es ist nur background ja dann kann man es auch ignorieren was hier beide ich meinte halt hier beide oh was los elden ring erscheint in 5 Monaten 2 Tagen 8 Stunden 27 Minuten und 19 Sekunden ja man ich hab so bock und ey es gibt Gerüchte habt ihr gelesen es gibt Gerüchte es gibt Gerüchte dass ein Playstation 5 Exclusive von FromSoft entwickelt wird war Bloodborne war doch also Bloodborne war doch ein Sony Exclusive ich wette es ist Bloodborne 2 oder eine komplett neue IP Bloodborne 2 Dark Souls 4 egal was es ist ich ich äh ach Gott die Vorstellung hm nein warum fahre ich den wieder hoch ich hab noch 3 Heilungen Leute Demon's Souls 2 ist ja eigentlich egal wie es heißt das Spiel wir werden es auf jeden Fall zocken oh 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 ist das Bossy Bossy das Bossy Bossy das Bossy Bossy ne hey Leute first try first try eieieiei das ist ein mieser Schlag da der nach unten geht der nimmt nämlich viel ab 5 5 Feuerwelle oh mies wie willst du den alter wie willst du denn da ausweichen halleluja seht ihr wie schnell der kommt ok ich muss die nach oben locken und dann nach unten gehen und dann wieder weg springen oh mein Gott das wird doch wieder 30.000 mal oh komm schon naja es ist halt die logische Weiterführung von all den anderen Scheiß Gegnern in diesem in dieser Welt oh da seh ich jetzt schon ah jejeje das wird nervig sein dieser Boss ich könnte gebrauchen das Schild statt der Fernattacke denn die Fernattacke wird hier nichts bringen ja Stans Stans D-Achsel schreibt Stans zerschlagen dann kommt die auf den Boden der Herion D ist nicht ohne generell habe ich für die meisten Boss im Spiel eine halbe Stunde gebraucht komm schon komm schon aber der macht nicht gut Schaden hier aber der macht nicht gut Schaden hier ah das meinst du mit Stans das meinst du mit Stans zerschlagen holy shit der hat gesessen ey das war mies ok wenn ich direkt unter ihr bin dann macht sie die Attacke ne die macht sie immer nächste Stufe schon fast tot zwei von den Schüssen zwei von den Schüssen zwei von den Schüssen zwei von den Schüssen ja ist klar ey ja ist klar ey alter schwarze Hexe Irene ey es gibt ja noch den Dodge Looney Moon Dankeschön das habe ich ja ganz vergessen hier den Dodge den gleichen den Elbandi fährt es gibt ja noch den Dodge das habe ich ja ganz vergessen ja da werden wir doch mal gucken wie das jetzt hier mit diesen neu gewonnenen Erkenntnissen wird der Dodge Ha den kann man nämlich dodgen den Schuss jetzt ist die ja Pipi einfach ok trotzdem noch schnell das Teil ne habt ihr das gesehen du kriegst mich nicht oh der hat mich erwischt dass sie sich auch beamen kann ist natürlich halt ultra läppsch oh zu früh ja jetzt kommt die Superform ja jetzt kommt die Superform oh 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 was das war gar nicht so ein schlechter Versuch ey der dritte aber ist natürlich klar bei der neuen Stufe mit neuen Attacken muss man erstmal muss man natürlich erstmal wissen was die macht beamt sich vor mich und greift das ist natürlich also beamende Gegner das ist ja eh schon immer so 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 ich mach mal Pip aus guck mal hier Vollgame äh so Bossi Bossi-Bossi-Zeit da muss ich dann den X-Konter machen jetzt weiß ich's fließbar war zu früh Das war's für heute. Oh nein, nicht da reinlaufen, du Trottel, ey. Ach, Mann, ey. Oh, das war knapp. Also diese dumme Rumbeamerei, wirklich. Oh, das war's für heute. Jetzt dran denken, den Counter zu machen. Oh, das war's für heute. Boah, das... Denn auch wenn du mit dem Rücken zu ihr stehst, nicht triffst, ey. Das meine ich, da hätte ich X drücken, aber das geht so schnell, ey. Oh, ist das ein nerviger Kampf, ey. Der haut hier, guck dir mal an, mit was für einem Ding der haut. Und dann trifft der da nicht mal für eine Sekunde oder für einen Millimeter, wenn sie direkt neben mir steht. Oh. Oh, das war's für heute. 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 Boah, das vergesse ich immer. Ja, da kannst du ja was... Der Raum wird natürlich dann immer kleiner. Jetzt nicht aus dem Flow. So gut angefangen. Was meine ich? Dass der dann nicht... Ja, da kannst du ja was. Komm, greif. Hä, ich hab doch gedrückt. Also fünf, sechs Mal gegen Boss verlieren, kein Problem. Irgendwann nervt's. Irgendwann wird's... Irgendwann fragt man sich... Hol ich das Beste aus der Zeit, die mir gegeben ist, heraus? Das hat eigentlich ganz gut angefangen, ne? Das meine ich, ey. Jetzt traf ich auch, dass dieser... Dieser lila ne Balken ihr Stance ist. Okay. 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 wohl... So dumm, es lief so gut und es war so dumm, es war so, es war so dumm, es war so, ich muss aber auch sagen, es ist manchmal dadurch, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, wenn er schlägt hier, ne, und man ist da so mitten im Gefecht und man ist dann halt das Mädel und dann ist man halt so zwei, drei Zentimeter weiter. Links als der Typ, der schlägt, das ist schon auf jeden Fall auch ein bisschen ungewohnt. Keine Ausrede, einfach nur eine Erklärung, warum, ähm, einen manchmal dann so Projektile oder so treffen. Wie, ich putze gerade meine Brille. Warum dann? Wie? Okay, pass auf, jetzt. Zu früh, ey. Ich jeden Schuss mitnehme. Ich war nicht in den Flow gekommen hier. Ja, ich werde sie jetzt töten. Zeit kann ich auch sparen. Überhaupt nicht in den Flow reingekommen, aber so gar nicht. Beim Versuch davor war es mega geil. Direkt irgendwie so einen richtigen Rhythmus gehabt. Und jetzt... Was? 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 Okay. Okay. Also diese zweite Phase finde ich fast noch nerviger als die dritte. Da habe ich noch keinen guten Weg gefunden. Ich hatte noch eine Heilung. Wieso hatte ich denn noch eine Heilung? Scheiße. Ja, für alle die das On Demand gucken, ihr könnt jetzt auf jeden Fall zwei Stunden vorspulen. Und für alle die das live gucken, es tut mir leid. Aber es ist einfach auch nicht so einfach. Okay. Also das ist einfach nur albern, dass er da nicht trifft. Oh, nicht da reinlaufen! Mann! 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 das war eine ganz ganz geile phase nein what the fuck ich muss kurz pause machen voll reingeschossen in jedes einzelne ein 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da ist das Drehbuch drin. Ich bin ja ein riesen Pate-Fan und... Da ist das Original-Pate-Skript mit den Bemerkungen von Francis Ford Coppola. Ist das geil oder was? Das ist richtig nice, oder? Dann haben wir hier... Poster. Der Familien-Stammbaum. Der Corleone. Da oben mit Don Vito. Als junger Bursche, gespielt von Robert De Niro in der Pate 2 und dann natürlich Marlon Brando in der Pate 1. Und dann haben wir hier natürlich noch signierte, ist natürlich nur drauf gedruckt, Blu-Rays von allen Teilen. Plus Bonus-Material. Und das ist natürlich die restaurierte Coppola-Fassung. Ja, ja, ja. Lenkt Ede gerade ab, dass er nicht Ender-Lilis spielen muss. Ja, in der Tat. Ich muss ja irgendwie... Ich muss die Moral gerade pushen. Ich kann auch... Ich kann auch in die Küche gehen und was spülen oder so. Ich weiß nicht. Irgendwas. Ich kann auch in die Küche noch mal zaubern. Na, das war geil. Das war ja schlecht. Ich weiß nicht, ob man den Amateur vom Profi hat. Ich muss es noch besser... Scheiße, ich drück mich vor dem Boss, Leute. Blu ist es. Kann ich nicht aufhören? 23 Uhr. Ich könnte jetzt auch Pussy Out machen, aber ich mach nicht Pussy Out. Noch weiter. Komm schon. Ja, ich hab mir gerade selber nur aufgegeben. So. Wir müssen noch mal. Das ist doch. Ich möchte jetzt mal kachelors. Ich bin hier nicht aufgeredt. Mach! Das ist doch gerade wie je aufgeregt. Ich bin hier nicht aufgeredt. Da bist du einfach. Es ist doch für mich. Ich hätte auch nicht mehr. Ah, diesmal hab ich dran gedacht. Einer hat er mich erwischt. Nein, mitten in dem scheiß Strudel gelandet, ey. Das ist aber nicht gut. Okay, macht's halt immer, wenn er direkt über ihm ist. Dieser Grab ist einfach das asozialste, was es gibt. Mann, ey. Ich hätt heilen müssen. Es ist so mies, dieser Grab. Der nimmt den ganzen Bildschirm, macht der Damage. Den kannst du doch eigentlich nur kontern. Aber... Also die ersten zwei klappen besser jetzt. Aber dieser scheiß Move von ihm. Der kommt so aus dem Nichts. Ich hab auch noch nicht so richtig gecheckt, was den triggert. Welche Distanz oder was. Ich weiß. Okay. Jetzt geht es. Kannst dich plötzlich schnell wegbeamen, ne? Alte Hexe. Alter. Alter. Bock nicht, bockt nicht, zu wenig Progress Und keine Möglichkeiten Irgendwas irgendwie zu leveln Oder so, das nervt, ey, du bist einfach Das ist, krieg ich Sekiro-Vibes Hier, nervige Sekiro-Vibes Wenn ich hundertmal irgendwo gegen einen kämpfen könnte Das ist leichter wird Aber nee, ich muss jetzt hier durch diese Scheiße durch Dass die auch einfach schlagen kann, obwohl du Schießen kann, obwohl du Er mit so einem Hammer in die Fresse haust Aus dem einen Hiel verbraten Da kannst du dir auch nicht hitten Jetzt kommt die Dreckskacke hier Eins, zwei, jetzt kommt der Grab Eins, zwei, kommt jetzt der Grab Ja Dann geht sie direkt down, wenn man den Kontert Geil, okay, ich hab, glaub ich, rausgefunden, wie ich die mache Okay, jetzt kommt die Scheiße Oh, der Grab Hat mich versucht Ich hab' ich versucht Nein Jetzt kommt der Grab Ich hab' ich gedrückt, Mann Eins, zwei und Grab Ich hab' zu Jesus Christ Okay, aber jetzt hab' ich's Okay Also Okay, Leute, jetzt hab' ich's Okay, 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 okay Das war Progress Das war Progress Okay, 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 okay Also Zwei Schüsse, dann kommt Nach den zwei Einzelschüssen kommt auf jeden Fall ein Grab Ich vergesse immer, dass das ja Skills sind, die einen Cooldown haben Und hab' den Weil ich ja so viel Ich hatte ja 14 Konter noch Da hab' ich einfach X Gesmashed Und vergessen, dass dann ja ein Cooldown ist Aber okay Erfahrungswerte, Erfahrungswerte Jetzt, komm In den Phasen hier muss ich einfach Das muss ich cooler spielen So, hier, eins Keine Eile Einfach ran, einmal hitten Ran, einmal hitten Ran, einmal hitten Bam, da geht er down Da geht er down Zwei so, zwei schwere Ran, einmal hitten Vielleicht zweimal hitten Nein, nicht gierig werden Einmal hitten Reicht Zack Auf die andere Seite Einmal hitten Zweimal hitten, weil ich gierig bin Okay, einmal hitten Zack Zwei schnelle Und noch langsam Nein Und schon die Metamorphose Okay, erste Phase Easy peasy Ran, einmal hitten Scheiße Weg unter ihm Nicht in den Strudel rein Einmal hitten Reicht Oh, nein Okay, ich dachte Er macht den Strudel Einmal hitten Reicht Jetzt macht er Strudel Können wir einmal Hauen Er ist scheiß Strudel Ich bin fast tot Heil dich Alter, wieso Heilt sie nicht Sie hat dich geheilt Strudel Oh, das war wieder So Pech Zu früh Aus dem Rhythmus Raus Wird nicht Einfach schlecht Diese zweite Phase Ey So schlecht So scheiße war das Okay, erst die vielen Schüsse Die sind easy Dann komm Ich war schon komplett demoralisiert von der zweiten Runde Ich hätte es eh nicht geschafft Deshalb bin ich schon nicht mehr richtig ausgerechnet Und nötig schon Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben noch drei Heilungen, Leute. Jetzt wird's, oder? Oh, wie mies in der Luft. Okay, ich bin komplett raus. Das war's für heute. Zu früh, Mann. Scheiße, das wär's doch gewesen, ey. Hey, hab ich ihn? Ich hab ihn! Wie geil ist das denn? Ja, Mann. Oh, aber das knappt. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Holy shit, ich hab gar nicht gerafft, dass ich ihn hab. Ich dachte, ich bin gestorben. Oh, Gott. Dieser Motherfucker, ey. Puh. Alter, ey. Ich dachte erst, nachdem ich am Anfang, am Anfang die dritte Form verkackt habe und zwei Heilungen quasi, ohne überhaupt ein Damage-Output zu haben, dass ich die verkackt hab, dass es mit nichts mehr wird. Aber dann habt ihr's gesehen, einmal hab ich zweimal ihre Stance gebrochen und dann ist sie zweimal gedroppt. Boah, das war so knapp gerade. Es war so knapp. Der Magier verbannt ging. First try, Danny. Du sagst es. First try. Vielleicht sollte ich mich so nennen. First try, Eddie. First try, Edel. Also. Bis der Regen aufhört und so lange wie hier sich. Sieht schon fast wie der Abspann aus. Jetzt krieg ich den Skill, ne? Schwarze Hexe Irene, eine Fernkämpferin, die Magiegeschosse verschießt. Die Kugeln sind geringfügig zielsuchend nach Gegnern vor dir. Im Wasser, Bewegung, Angriff und Ausweichen möglich. Soll ich auch in Gewässern bewegen? Okay. Yo, alles klar. Das ist natürlich jetzt nochmal kompletten Game Changer. Auch in Sachen Backtracking, weil jetzt müssen wir natürlich nochmal in jeden Fluss hüpfen, den wir am Anfang gesehen haben. Ist ja ganz klar. Okay. Dann muss ich nochmal Danke an Luni sagen. Wenn du mich nicht drauf gebracht hättest, dass ich ausweichen kann. Ey, ich hatte das ja komplett vergessen. Ausweichen und der Konter, das Konterschild, ne? Ist für die Bosse echt immer fantastisch. Obwohl ich es gar nicht, glaube ich, ich hätte es sogar nochmal leveln können. Das wäre ja sogar nochmal eine Möglichkeit gewesen. Ähm. Guck mal jetzt hier. Ah, okay. Und wie komme ich nach oben? Ah, okay. Das ist ja geil. Sehr easy. Aber den harten Schlag kann ich hier trotzdem nicht benutzen. Interessant. Okay. Alright. Okay. Let's go. Ich würde gerne mal meine Haupt- also meine schnelle Waffe würde ich gerne mal endlich upgraden. Das nervt ein bisschen. Das nervt ein bisschen. Wo geht das nicht? Was ist das? Unreines Sediment. Was habe ich da aufgesammelt? Was? Alte Seelen. Das sage ich immer noch nicht. Ich kann das Schwert nicht abwusten. Ich weiß, ich weiß, da geht es wahrscheinlich hoch. Aber ich muss doch erstmal hier alles abchecken. Außerdem erstmal hier auf die Bank Konto eröffnen. So, ausrüsten. Wir wollen ja das von der Hexe auch mal sehen. Da machen wir doch einfach mal ein zweites Skill-Fensterchen. Hier. Gucken wir uns den Skill mal an. Kann man ganz schön oft benutzen, ehrlich gesagt. 80 Schüsse. Das wird wahrscheinlich nicht allzu viel Damage machen. So, da ging es zum Boss. Was war denn hier noch? Ah, hier können wir uns doch direkt mal testen. Na ja, na ja. Ist doch gar nicht so schlecht. So, warum ist da oben recht? Ist hier noch nett. Was ist da oben recht? Was ist da oben? Komme ich da immer noch nicht weiter, wahrscheinlich. Uiuiui. So, hier ist nämlich noch Wasser. Aber da war ich ja schon. Warte mal. Hier war ich noch nicht. Ach nein, das ist das gleiche Scheiße. Hier links ist natürlich wieder die Bank. Ah, ja, ja, ja. Okay, Orientierungsele ist ein bisschen... Er ist ein bisschen ein Idiot. Aber wir mögen ihn. Er ist ungefährlich. Einfach nur ein bisschen dumm. Aber wenn ich dann einfach hier jetzt weiter hochgehe, dann muss ich ja nicht den ganzen Weg damit gehen. Unagi. Kann ich nämlich jetzt killen hier? Die sind ja auch zielsuchend. Alles in diesem Spiel ist irgendwie zielsuchender. Jetzt möchte ich wenden. Ach, hier war ja einfach nur der Schalter. Okay. Ich sage ja. Er ist nicht super schlau. Ich würde ihn jetzt nicht wählen. Auf der anderen Seite, ich habe auch andere Idioten schon gewählt. Oh, wie es mich genau getroffen hat. So. Hier oben ist doch irgendwas gewesen. Da ist... Hä? Nee. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht hier. Aber warum? Hier war ich doch auch schon mal. Leute, jetzt habe ich aber langsam wirklich Orientierungsschwierigkeiten. Guck mal, ich kann jetzt in diesen... Aus diesem Strahl aber auch einfach... Oh Gott. Da habe ich ihn. Oh Gott. Das bremst halt mega ab. Ich muss eigentlich hier so... Hier einfach rausfallen und dann springen. So ganz einfach. Alter. Gerade war die Heilung im Gange. Ich finde übrigens... Kleiner Kritikpunkt. Ähm... Ich mag diese Laserschüsse. Irgendwie die passen überhaupt nicht so zu dem... Zu diesem Stil irgendwie so... Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie finde ich, das wirkt so ein bisschen... Wie so ein... Zu krasser CGI-Effekt in einem Film... Noir oder so. Ich weiß nicht, ob... Das ist jetzt auch kein Dealbreaker, aber... Guck mal, die sind ja zielsuchend. Warum mache ich mir denn überhaupt so eine Action die ganze Zeit? So, tschüss. Ganz einfach. Diese fette goldene Tür. Ah, oben. Komme ich noch nicht rüber, ne? Liegen später wahrscheinlich. Na gut. Gehen wir erstmal hier weiter. Ach, wir haben jetzt richtig viel Schönes zum Backtracken, Leute. Guck mal hier. Und die Typen... Also für die ist es ja wirklich die komplette Anti-Waffe. Richtig gut. Mal hier gucken jetzt, ob am Boden... Ich frage mich immer, ob... Manchmal ist ja auch so fies hinter so einer... Hinter so einer Grafik irgendwas versteckt. Ich würde da was verstecken, wenn ich Spieldesigner wäre. Und zwar was? Was würde ich da verstecken? Einen Geheimgang zum Beispiel. Drachenschwert plus. Ja. Wäre vielleicht ein bisschen zu krass, ein Drachenschwert da zu verstecken. Aber vielleicht eine... Drachenschwert-Chart. Also hier darf man... Ach, guck mal, hier war ich noch gar nicht. Genau. Drachenschwert plus vier, weil fünf woanders ist. Genau. Sehr gut, Xarxex. Genau so machen wir das. Ach, guck mal. Das ist auch nochmal interessant. Hatte ich vergessen. Dadurch, dass ich ja diesen Ausweichding hab. Vielleicht kann man damit noch manchmal Sachen erreichen. So, guck. Nimm ich so. Weißt du? Weißt du, wie schmal ist. So. Jetzt kann ich aber im Prinzip folgendes machen. Jetzt habe ich hier gebacktrackt. Beziehungsweise hier habe ich alles so weiter. Da habe ich eingesammelt. Da oben komme ich nicht weiter. Jetzt. Warum geht er jetzt wieder nach unten, werdet ihr euch fragen. Ich sag ja, ich bin bei Let's Go. Ich bin dabei, so spielen sehr gründlich. Vor allem gleich tot. So wie der hier zum Beispiel. So, wenn ich jetzt hier... Trifft nicht, ne? Trifft doch. Da war nur noch einer. So, nehm ich. Kann ich nämlich hier mal den Boden durchsuchen. Guck mal, wenn man... Hier ist halt nichts versteckt. Schon ein bisschen eine Enttäuschung. Aber wenn man hier den Ausweichknopf drückt übrigens, dann macht sie nochmal hier so einen kleinen Boost. Auch nicht unsersack, ne? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach Gott, jetzt nervt es. Aber da will ich eigentlich auch gar nicht... Ich wollte doch noch einen Raum runter. Und dann... Nach links oben. Hier war das, ne? Es ist sehr verwirrend. Hier war's. Hier war die Bank. Vom Boss. Kann ich ja eigentlich schon wieder was verstärken. Sagen wir diese Homing-Nissals. Die Beschützerin. In irgendeinem Moment. Ah, Klippendorf. Junge. Kopfloser Ritter. Ich fäcke mir jetzt nochmal was rein. Hat uns jetzt bei den Bossen echt schon ein paar Mal richtig gute Dienste geleistet. Ähm. Schnellreise könnte ich mir übrigens auch benutzen. So. Hier war doch noch Wasser in der Kammer. Da geht's doch rein. Das seh ich doch. Egal. Merken wir uns. Echt nervig, die Teile. Das seh ich jetzt. Da geht's. Oh. Das ist so die Mini-Variante von ihr, oder? Nicht minder nervig. Hä, ich hab mich doch gerade geheilt. What's the hell? Ach, mein Heel wurde unterbrochen. Okay. Ja, gut. Hier nehme ich es, ist der? Oh, fach. Ich muss nicht gegen dich kämpfen. Das hab ich ja nicht nötig, wa? Mach ich die Hexe erstmal da unten, die blöde Plunze da. Tschüss. Dafür gibt's sogar ein Skill. Lässt einen Wind wehen. Lässt einen fahren. Der Gegner vor dir wegbläst. Die bildschöne Hexe wartet allein um... Okay. Kann ich jetzt eh noch nicht benutzen. Okay. Hier war doch... Hier war die Scheiße, ja. War doch... Irgendwo war doch noch Wasser. Das ist ja auch noch einer. Alter. Hm. War halt so, ne? Hehehe. Aber... Hier ist ja gar nichts, was ich will. Will ich denn, wenn ich das wüsste? Aber ich glaub, hier hab ich noch nicht alles abgegrast, ehrlich gesagt. Aber ich liebe diese neue Attacke. Mein Schwert ist zu schwach mittlerweile. Also das nervt wirklich. Da muss mehr gehen. Die Main Weapon. So, hier nehm ich. Guck mal. Nee. Hier. Hm? Also hier war ich jetzt noch nicht, Leute, oder? Hier schon? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon war. Was ist denn da links? Wir werden von ganz oben, wenn wir da nach links springen. Was war von hier? Alter, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wieso hat sie sich denn nicht da dran gehängt? Das müsste doch gehen. Geh doch! Greif! Arsch! Ich wollte... Geh doch! Greif! Arsch! Ich wollte... Der T-Shirt-Spruch. Also, diese... ... So nehm ich. Ha! Modriges Hexenbuch. Erhöht Schwimmgeschwindigkeit im und auf dem Wasser. Ja, das ist doch mal Holy Dazen Dazen. Bam. Die sollten irgendwas droppen. Welchen Sinn macht es sonst gegen sie zu kämpfen? Das war eigentlich auch die Stelle, wo ich die ganze Zeit hin wollte, glaube ich. Klaatu Verata. Ja, okay. Jetzt schließt sich der Kreis, Leute. Jetzt haben wir das Gebiet. Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden mit diesem Gebiet hier. Und wir können uns endlich irgendwelchen Adlern oder so. Aber Moment, hier ist noch was in dem Raum. Ich bin noch gar nicht rechts abgesprungen. Aha. Aber ich glaube, da kann ich jetzt noch nichts machen, oder? Dass er da sah... Ich habe da nichts gesehen, wo ich mich dranhängen könnte. Oh, nein. Dieser Double Jump ist auch... Nein. Hm. Das sieht sehr verdächtig aus. Da mit dem Bett in dem Raum. Oh. Ja, aber gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Man verliert ja eh nichts. So bin ich schneller beim Teleporter, ehrlich gesagt. Und kann hier direkt mal jetzt die neue... den neuen Kram ausrüsten. Und wir haben ja jetzt hier nun auch... Windenergie bekommen. Und dieses Buch. Das ich ja erst noch equipen muss. Er erhöht den Schaden auf dem Wasser. Er erhöht die Anzahl. Wie viel bringt dieses Amulett? Warte mal. Warte mal. Jetzt habe ich... 145. Und mit dem Ding... 152. Ja. Nein, nein, nein. Nicht... Ich würde lieber schneller schwimmen. Plotzen. Ja, klar. Verstärken können wir immer noch nicht. Das Schwert können wir immer noch nicht verstärken. Die Fernschüsse könnten wir verstärken. Ne, können wir nicht. Den Wind können wir verstärken. Aber bevor ich das... Also bevor ich den Wind verstärke, will ich hier überhaupt erst mal wissen, was der kann. Gucken wir uns jetzt an. Nun. Was war denn hier noch? Hier war die Tür. Hier war nämlich noch Wasser. Siehste mal. Ganz gut abwärts. Sie schwimmt echt sehr schnell. Macht ein bisschen Spaß sogar. Teile sind einfach... Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, diese Attacke. Gar nicht so schlecht. Ich will das da unten, will ich heute noch erfahren. forschen auf jeden Fall. Was ist da? Was ist da? Ganz gut der Wind hier gegen diese Teile. Der macht echt viel Damage, wenn die da direkt drin stehen. Ah, vielleicht muss ich hier dann... Ich muss dann einfach auch ausweichen unter Wasser. Dieses Ausweichen, von dem alle immer sprechen. Okay. Gehen wir erst mal rein. Da ist er auch schon. Wieder was zum Verbessern. Ansonsten ist er nix. Jetzt raus. Da ist blödes Kackvieh. Ich bin nochmal sicher hier. Oh ne, große Eisentür, wie gemein. Da ist ein Schalter. Aber da ist auch ein Schalter. Hm. Dann gucken wir mal. Nee. Aha. Hier ist bestimmt ein Shortcut, oder? Dann gehen wir erst mal nach oben. Wir haben nicht mehr allzu viel Energie. Letzte Heilung verbrate ich gerade. Wir wollen wissen, was hinter der großen Eisentür ist. Der goldenen. Nee, das ist Zeitgedöns. Ah, dafür braucht man wahrscheinlich das Item, mit dem man schneller schwimmt, oder? Aber das haben wir ja. Das wäre ja ganz geil. Das hat Zeit gekostet. Okay, das war easy. Oh, guck mal hier. Ein ganz neues Gebiet. Aha. Die Karte ist übrigens sau hässlich. Das hätte man schöner. Aber okay. Komplett neues Gebiet, aber alte Gegner. Alte Bekannte. Äh, wenn Level ab wenigstens heilen würde, oder so die Energie wieder voll machen würde, dann wäre es nicht komplett sinnlos, aber so. Was ist da oben? Da geht es noch weiter. Seht ihr es? Da ist was. Einer von den fünf Gegnern in diesem Spiel. Keine Kritik. Aber Gegnervielfalt ist jetzt auf jeden Fall nicht die Stärke dieses Spiel. Hey, warte mal. Nee, du sollst doch... Na, wenn ja... Mama die Mama da... So. Dann speicher ich jetzt auf. Dann speicher ich halt ab. so haben wir jetzt leute was macht was macht was machen sie was machen wir flappy bird zeig uns noch was aus deinem eddie zeig uns noch was aus deinem tollen zimmer ich hab doch nicht hier was ich kann mal in die schreibtisch schubladen nur erkennt kennt ihr die noch eine alte brille gefühlte fakten aufkleber ein brooklyn netz aufkleber was hab ich hier leistungskurs geschichte 13 klasse klausur unter abibedingungen guck mal hier auf jeden fall viele rot viele rote ränder halleluja guckt euch das an ich kann so ein reudiger 1840 wurde friedrich wilhelm der vierte könig von preußen anfangs hielten die liberalen ihn für einen könig der ihre interessen teilte schnell zeigte sich dass sie sich irrten wilhelm der vierte war keineswegs liberal er war befürworter der absolut monarchie ich hab hier schon meine groß kleinschreibschwäche offenbart ich hab einfach immer in der schule gewisse buchstaben ich hab so ein misch aus schreibschrift und druckschrift geschrieben und ich hab gewisse buchstaben einfach hab ich mir angewöhnt dann jeweils die variante zu dem die mir mehr spaß gemacht hat zu schreiben manche mal hab ich dann immer ein großes a geschrieben auch bei wörtern die eigentlich ein kleines a ein und so ich sag ja er ist ein bisschen ein idiot es kam zu verschiedenen Aufständen in preußen etwa zeitgleich kam es in österreich zu Aufständen eine versprochene verfassung hat er hinter doch wilhelm sprach sich gegen einen blutige niederschlagung ich muss aber auch sagen ich war auch wirklich wahrscheinlich ein schwieriger Schüler wenn ich das jetzt so lese bin ich selber enttäuscht von mir was hab ich denn jetzt für eine Note gekriegt fünf Punkte oh das ist ist noch eine vier oder wie war das fünf Punkte war vier oder vier minus die Beherrschung der deutschen Sprache lässt zu wünschen übrig man muss es so krass ausdrücken ich empfehle Besuch eines Intensivkurses Deutsch gleich ob neuer oder alter Rechtschreibung noch vor dem schriftlichen Abitur hier da steht er ein Punkt ein Punkt Abzug ein Punkt Abzug wegen Rechtschreibfehler der Typ hat mich wirklich gehasst und ich hab ihn gehasst und ähm ja ich hab natürlich ich war auch rotzlöfflich ich hab natürlich dann wirklich auch kein großes Interesse gehabt aber ich meine ich hatte schon immer Rechtschreibprobleme schon schon sehr sehr lange sehr sehr viel damit zu strugglen aber ähm ich hab mein Abi trotzdem relativ locker hingekriegt 2,5 also Herr Kastner so ähm was noch was haben wir hier noch was haben wir hier noch mal gibt's hier Hip-Hop-Fans ich hab mir früher hab ich mir Mixtape-CDs gekauft hab ich hier noch von von meinem damaligen Lieblings-DJ DJ Chili T noch das CD-Cover und warum hab ich das aufgehoben? weil ich mir immer gedacht hab die Tracks dahin man kann's kaum noch hab ich immer aufgehoben von den CDs ich hab die CD nicht mehr aber die Songs gibt's ja immer noch die kann man sich ja heutzutage super easy besorgen und manchmal sind da noch so ein paar alte Songs drauf die ich gefeiert hab deshalb hab ich das aufgehoben so sieht's aus äh was hab ich noch ein Original-Ticket das kann ich auch mal zeigen Eintracht-Fans hier irgendwo da oben Saison 99-2000 gegen 1. FC Kaiserslautern 5-1 Übersteiger von Jan-Age Fjordhoff Klassenerhalt gesichert war ich im Stadion das Original-Ticket hab ich natürlich aufgehoben so die andere Schublade öffne ich ein anderes Mal da ist auch nicht viel geiler Scheiß so Rocket Beans Aufkleber so ist das cool ich bin zu groß kann das Logo nicht hier so sein ok so Leute was machen wir jetzt noch ich würd sagen nix oder was verlosen Leute ich verlose jetzt nicht n Rocket Beans Aufkleber ey freust dich auf Metroid Red ja auf jeden Fall Metroid Red freu ich mich wirklich sehr 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 ähm ich hoff es wird nicht scheiße ich glaub es wird nicht scheiße Rimworld boah ne Schach ich werd jetzt auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Schach spielen das stimmt vorm Schlafen gehen immer ein paar Partien machen ähm und dann richtig gefrustet äh mit Selbsthass einschlafen was ist denn müsst ihr eigentlich was ist denn los wie seid ihr denn eigentlich noch wach 12 Uhr Leute was ist da los wie keine neue Pornfolge klar kommt in 3 Minuten raus für Patreons sehr gute Folge ähm spielenrunde Quake oh ich hab so lang kein Quake mehr gespielt so lang kein Quake mehr gespielt ey spielt ja keiner mehr oh ja super in der Mario Kart müssen wir noch einmal machen ne hab ich ganz vergessen das machen wir noch schnell aber ich hab auch seitdem natürlich nicht mehr trainiert das ist einfach zu wenig die 3 Runden einmal einmal die Woche was ist denn so unsere Kopfhörer ohne Ton ist komisch ich spiel mir heute auf Nummer sicher ist zwar eigentlich damit kannst du eigentlich keine Rekorde machen aber ich einfach um mal reinzukommen schon verkackt weißt du Mann ey okay erste Runde ist eh immer für den Arsch okay es war auch einfach die falsche R-Taste natürlich ich glaub mit Toad musst du gar nicht äh jumpen ehrlich gesagt wenn ich mich recht erinnere war das nicht so er kann die Kurven glaub ich einfach so nehmen mit Vollspeed ja auch diese hier und auch diese hier dann nehm ich noch schneller aber mit Toad kriegst du nicht den Top Speed und dann kriegst du auch nicht die beste Zeit du musst quasi du musst es schaffen mit Donkey Kong nein du Arschgesicht das hätte niemals passieren dürfen das hätte ich so lange nicht gespielt ah die Kackröhre du dumme grüne Scheiß Kackröhre vielleicht war ne gute Rundenzeit dabei zweitbeste Zeit aber ey die Donkey Kong äh schlagen mir jetzt das ist ja gar kein Punkt das war ja so schlecht wieso hab ich nicht direkt wie geht nochmal der Scheiß super Start scheiße einmal aufs Schotter gekommen nein ich hab verkackt ich hab's gemerkt ich war zu weit innen ich darf nicht zu weit innen sein hier zwischen ersten und zweiten aber ich hab das doch ich hab das doch gemacht ist auf jeden Fall Streckenbestzeit bislang aber wir müssen natürlich ultimativ unter die Minute kommen da sind wir noch weit von entfernt wieder nicht aber der Ghost Car ist da der ist immer sehr hilfreich so holt man die Bestzeit nein du Arschgesichtige Fick ich will den Scheiß Ghost Car einholen aber er fährt zu gut kurs war schweiß nicht schweiß schweiß oder Wieso kriege ich den Superstart nicht? Inzwischen erster und zweiter, oder? Ob es schneller geht, wenn ich die Kurven slide? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht das Gefühl. Schotter. Catch ich jetzt hier. Oh, war das knapp. Hab ihn. Ich weiß es nicht. Okay, das ist eine fast flawless round für mich. Das war doch ganz gut. Das war ganz gut. 1,11,42. Aber um die super Zeit zu kriegen, müsste ich jetzt so Fehlerfall fahren, nur mit Bowser. Damit kommst du dann unter die Minute. Aber es ist einfach schwer. Bowser oder Donkey Kong? Egal. Beide gleiche Fahreigenschaften. Wie langsam der losfährt, ey. Deshalb darfst du mit dem auch keinen Fehler machen. So wie ich. Er ist jetzt natürlich komplett ungewohnt, mit dem zu fahren. Aber es ist auch geil, wie unterschiedlich die sich schon damals gefahren haben. Da muss man erst mal reinkommen mit Bowser. Ist gar nicht so einfach. Der Moment, wenn man loslässt, ist echt... Das muss man erst mal wieder lernen. Das wird nix. Er driftet dann halt noch so ein bisschen komisch nach. Oh, verfickt. Nochmal. Nochmal. Immer noch gut, das Spiel. Immer noch gut. Ich weiß, es sieht ein bisschen verpixelt aus wegen dem Mode 7-Effekt, aber es ist immer noch geil. Ja, war natürlich verkackt, aber egal. Wir bleiben bei dieser Bestzeit für heute. Leute, wir machen jetzt Schluss. Es ist Geisterstunde. Papa hatte heute einen langen Tag. Und ihr geht jetzt auch mal ins Bett. Geht nicht immer hier so bis 4 Uhr zocken und noch World of Warcraft irgendwelche Wolfspelze traden im Auktionshaus. Das ist doch Quatsch. Hört mal auf jetzt mit dem Scheiß. Geht mal jetzt ins Bett. Ihr nehmt euch jetzt alle mal ein Buch. Lest zwei Seiten. Hört einen meiner 16 Podcasts oder so und dann chillt ihr mal ein bisschen jetzt. Es muss nicht ständig irgendwas sein. Zockt ein bisschen Schach. Egal welches Niveau. Einfach ein bisschen Schach. Ein bisschen Schach spielen. Ne, macht das nicht. Das ist einfach komplett Horror. Schach ist so schlimm, ey. So. Ich mache jetzt Schluss. Lasst mich in Ruhe. Nein, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mir immer großen Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ich weiß gar nicht, ob's. Ich gucke mal gerade in meinen Kalender. Ob wir uns wiedersehen. Am Mittwoch. Oder ob der Zock ausfällt wegen Gamevasion. Das könnte nämlich sein. Ich befürchte es fast. Ja, am nächsten. Nächsten Mittwoch sehen wir uns nicht. Also wir sehen uns schon, aber wir sehen uns nicht hier im Set. Im Set, sage ich schon. Ich sage es beim Wohnzimmerset. Soweit ist es schon gekommen. Aber am ersten. Ersten achten. Sehen wir uns wieder. Leute, das Ersten achten. Ersten neunten. Sehen wir uns wieder. Äh, es war ein großes Fest. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier die richtigen Knöpfe drücke, damit ich, äh, hier alles beende und das Programm weitergeht. Äh, jetzt gibt's nämlich den Held der Steine, Leute. Ähm, Grüße nach Frankfurt in diesem Sinne und schaut euch mal an, was der Junge gebaut hat und lasst ein Like da und so weiter. Ein Abo. Kommt in den Supporters Club. Seid uns treu. Seid lieb. Und so weiter. So. Tschüss. Tschüss.